Tauchen ist unsere Leidenschaft. Mit der Ausrüstung, die wir von Dive System entwickelt haben, möchten wir euch in die Tiefen begleiten. In jedem unserer Artikel steckt die Erfahrung von vielen tausend Stunden des Extremtauchens. Alle Produkte, die wir entwerfen, sind für die besonderen Ansprüche des Tech-Tauchens konzipiert. Für Entdecker von Höhlen und Wracks. Für schwierige und tiefe Umgebungen. Im Mittelpunkt unserer Produktion stehen Trockenanzüge und Jackets, die den extremen Anforderungen des Tech-Tauchens gerecht werden. Darüber hinaus stellen wir weitere Ausrüstungsgegenstände wie Flossen, Bojen, Wheels und Scooter her. Seit der Gründung 1993 von Paolo Zazzeri und Joaia Ancilotti konnte das Konzept von Dive System wachsen. Bis heute haben wir ein großes Netzwerk für die Produktion und den Verkauf in Italien und im Ausland etabliert. Zu unseren Kunden zählen wir viele Profis, deren Arbeit sich unter der Oberfläche abspielt. Instructors, kommerzielle Taucher und Militärkurs. Alle unsere Produkte sind in unserer Manufaktur ausschließlich in Handarbeit hergestellt. In unserer Maßschneiderei legen wir sehr viel Wert auf Qualität und Eleganz. Durch das individuelle Design und die präzise Passform entsteht ein ästhetischer und bequemer Anzug. Basierend auf den Kenntnissen der extremen Bedingungen bei Tieftauchgängen haben wir Produkte entwickelt, die den Bedürfnissen aller Taucher gerecht werden. Dabei ist unser größtes Ziel, den höchstmöglichen materiellen Komfort in Kombination mit strapazierfähigen Materialien sicherzustellen. Beim Zusammenfügen der Einzelteile, die zuerst geklebt und anschließend vernäht werden, ist eine besondere Fingerfertigkeit gefragt. Im letzten Schritt werden die Nähte versiegelt. Diese Arbeit wird nur von Spezialisten durchgeführt. Zwei verschiedene Schichten Leim werden aufgetragen, die den Anzug wasserdicht machen. Viele Hersteller haben sich erst nach Etablierung von herkömmlichem Equipment auf Tecktauchprodukte spezialisiert. Wir von Dive System beziehen unsere Inspiration vom Tecktauchen. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Produkte zu entwickeln, die vertrauenswürdig und innovativ sind, um letztendlich unter extremen Bedingungen eingesetzt werden zu können. Heute wenden wir dieses Wissen an, um auch die herkömmliche Ausrüstung zu verbessern. Aus diesem Grund ist es für uns sehr wichtig, Erfahrungen mit Tauchern auszutauschen. Auf diese Weise können wir gemeinsam neue Konzepte entwickeln, sowie neue Ideen und Anregungen für unsere Arbeit sammeln. Unsere Tauchbasis ist der Knotenpunkt, um unsere Artikel vorzustellen. Anzuschauen und auszuprobieren. Wir sind für euch da und erwarten euch mit verschiedensten Ausrüstungsgegenständen. Trockenanzüge, Jackets, Scooter und vieles mehr. Alles kann direkt vor Ort im 10 Meter tiefen hauseigenen Pool getestet werden. Durch dieses Konzept bietet sich die ideale Möglichkeit, sowohl für Hobbytaucher als auch für Profis neues Equipment zu testen oder Kurse wahrzunehmen. Neben den Anfänger- und Spezialkursen bieten wir auch Tech-Ausbildungen an. Unsere Tauchschule hat einen Pool mit drei verschiedenen Tiefenstufen für das Training. Einen Aufbewahrungsraum, die Füllstation und einen Kursraum. Die Unterkünfte für bis zu 22 Besucher sind direkt am Pool und nahe am Kursraum gelegen. Dieses College ist der ideale Ort, um ein Instruktortraining durchzuführen, mitten in der mediterranen Natur. Unsere Manufaktur und der Ausbildungsplatz für Taucher befindet sich in der ländlichen Idylle im Herzen der schönen Toskana. Eine Stunde von Siena entfernt und nur ein paar Minuten bis zu dem bezaubernden Dorf Massa Maritima. Unweit der Küste findet man imposante Gorgonien an Hängen oder Untiefen vor der Insel Elba. Im Süden befindet sich Argentario, die Insel Giglio und das winzige Gianutri, was sehr bekannt ist für das Frack Nazim, welches in einer Tiefe von 60 Metern liegt. Ein weiteres Frack findet man auf 35 Metern Tiefe, die Anna Bianca. Die zuvor getesteten Produkte oder erprobten Übungen lassen sich in dieser Umgebung optimal anwenden, da es hier für alle Ansprüche und Erfahrungswerte den richtigen Tauchplatz gibt. Somit bieten wir mit unserer Anlage die perfekten Voraussetzungen, um eure Unterwasserabenteuer sicher zu begleiten.